Die Zeit beginnt zu laufen, es gibt so viel zu tun. Jeder wünscht sich ein paar Tage, am Ende nicht auszuruh'n. Da fehlen noch Geschenke und dort der Weihnachtsbaum. Pakete packen, Briefe schreiben, all das schafft man kaum. Und in all dem Untertreiben, werden wir noch lange Zeit. Auf der Suche nach Weihnachten bleiben, und bald ist es soweit. Die Freunde sind heute Morgen, wieder weggefahren. Sie feiern oben in den Bergen, allein seit ein paar Jahren. Sie schreiben ein paar Grüße, sind manche sorgenlos. Doch echte Weihnachtsstimmung, gibt es zu Hause bloß. Und in all dem Untertreiben, werden wir noch lange Zeit. Auf der Suche nach Weihnachten bleiben, und bald ist es soweit. Ja, passt auf euch auf und bleibt es gut. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020